Corona-Pickel, IT-Press. Ich habe jetzt wieder eine neue Idee und zwar, wenn man hier draußen, jetzt haben wir minus 10 Grad bis 18 am Abend, wenn man hier den Einfrüher draußen lässt, dass innen Wasser ist. Den nimmt man dann und tut man hier hinten in den Kühlschrank. Damit hat man dann Folgendes, dass praktisch die Kälte von dem Eis und dem Ding in den Kühlschrank reingeht und der Kühlschrank wird nicht dauernd den Kompressor einschalten. So kann man sehr viel Energie sparen oder viel leicht gepresst.